So Freunde, hallo und willkommen bei einem weiteren Schwutten Let's Play. Ja, heute ist noch einer da. Grüß euch, Wannis. Ja, dann haben wir das Spiel mit Warnung gekümmert. Ja, ich hab keine Ahnung, jetzt wo bin ich? Ja, morgen spielen wir mal einen Multiplayer-Server. Nur so als Info. Dann hast du mich noch, bist du noch da? Opa. Das ist nur da drüber. Das ist eine Mutter. Das ist wirklich etwas. Was hast du gut? Ach, du scheiße. Ihnen, ganz schön. Aber braucht diese Brille. Weil jetzt, komisch kommt, ich denke mal, der Luftgemerzungen ach halt, bleib mir die zu misternachen na, ich hab die Tür mit der Items mal wieder drin was du denn noch? ne, das geil ganze kreativ modus um Oberüberlems in kreativ modus umschalten, das scheiß ach, wohl mal die zu misternachen letzte letzte Mal ja ich hab's da ab ich bin, mach's nochmal schwer, du Lusche, du je, voll schwer, äh zu gay äh, bist du blöd, was mir so sagen? weil ich kann viel abbrechen, du näher ne, ich brech' nicht ab aber trotzdem wär's irgendwie mal löschen also diese Zaunaufnahme sehr widerlich hier ich hab's da was? Kronk? 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 Ruhh! Alter, das sieht aus Junge! Das sieht aus einer fetten Kopfklinenkörper und das kann ich auch nicht abnehmen! Kennst du dich auch so? Kennst du die Hesli Pia? Ach, hierherfall? AHHH! Die sieht aus! Immer mit ihrem Fett! Ich bin dir reißen schwarzen Haaren, Alter! Das ist doch deine Freundin! Bist du! Bekloppt Junge! Alter, wie geht Junge! auch das ist das der Bruder und Schule sind beide verboten aber die Dördungsbeschüler und die Aufnahme die Mördung doch die Arschluss Prozent ich habe keine Ahnung jetzt aber und jetzt geht es hier so ich möchte die St doch vorstrahlen das war ein paar ein was du gesagt hast du hast kann beim Karten sind sinnlos ich will es doch Kornberg hatte die Ausgabe der Städte der Schaus die Preußen die durch die Zeile des Liebes ich bin ich liebe das Krippen Ich stell mich jetzt da vor und lass mich bammen. Ah, war was geil. Es war geil. Voll Spaß gemacht. Jeden Tag, das ist mein Hobby jetzt. Das lässt mich vom Frieber auch hin. Ey, das ist mein Hobby. Da muss ich mein Ding stellen und ich hab die Scheiße. Jetzt bist du sprachlos, was? Ne. Ey, ey, ich skype den Schufensack. Ich will auch mal schon sagen, weil das stellt mich gern vor, und das ich mal schön implodieren. Wieso soll ich implodieren? So nett. Und mal meine eisendliche Schöneinsamme. Und endlich ist es kommt Mr. Fettkopf. Du, dicker. Oh, der ist hier schon wieder. Ey, ey, skype den Schufensack, oder was bei dir jetzt? Ich hab's schon. Ich hab's schon wieder. Ich hab's schon wieder. Das sieht aus wie Hände. Das ist Gammelfleifleifleif. Der Name schon. Gammelfleifleif. So. Oh, diese Eifelräume. Oh. Schweinziehen muss ich sofort töten. Schwein, 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 Schwein K Jaja Wiener K Stimmbruch ist mein die Vorlesen K K K klar die Städte mein Alter ja alle die Städte die Städte die Städte Roboter 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 auch mit Stimme Torsten Stachbar in der Woche Pferd auf dem Wurz Nürzburg und so aufgrund Kassel und Kulte und B Prozent ein dauerl es ist verboten wenn ich erwischt habe nach dieser Aufnahme wurde ausgebildet die wenn er mit der die Beinbrückung wenn die Mut und die Beobachtung gibt das klar klar ich meine die Hölzer die undreiber der Laser Dancer Dance die Laser Dancer Dance, Junge, der Danzt die Welt 4 die Exilie da ich stehe auf barriere Torso dieser der Monarche normales die 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 alles zu bieten von einem haben sie das macht es falsch ist wird m.h. im kino jetzt sie hat die verabschied kann mit sie erneut 1 jetzt glaube ich muss das das Spiel ist er kommt Gänst du den Anton? Anton Anton an der Komi ja Anton an der Ausländer kennst du den? Miguel 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 kennst du den? der auf unserer Schule ist der neue da äh weiterwiss ich nicht kennst du den Anton? na ja klar kann nicht die wir das in meinem Konto zurück die sind Anis auch so als Zuflschule stellt ihr vor Junge wenn die die in die Lehrer und die Schleswig-Laserdänse sehen Junge den Dänzen sind mit die Antoin Karlsruhe ist so wichtig du standst da ja am Wunsch und der und mich geht daher der hebt er mir vorbeisagt das ist ein Fisch Burra Burra Junge Uwe Koppel ich brauche ein bisschen Zeit ihr hättest meine Folge gesehen ähm das geht mit vierzehn und zwanzig da äh das ist und schluss ist jung ich bin fünf von mir hab ich gesagt komm mal schon hin ich brauch mein bisschen ich hab's dann spätchen weil weiter war meine immer in Ordnung da muss ich mal ein kleines Achtung losbleiben immer wieder zum Alter und zum Altenhaus immer mal zum Haus immer mal immer mal denn erst mal in der Welt der Welt das war schon Gruppen Ok auch in meiner Kühlung wie gut wie gut wie gut die Sektion denn keine Manzeige sie wollen nicht sie haben zu tun hat er es kommt noch nie hat ebenso los wir hatten schon Angst vor dem Leser der Entfernung das heißt dass er für mich die Hälfte ist nicht die Stimme auf Redo ich will schlafen oder Präppel oder Kaiser oder wird die 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 auf die Städte künstlich die Klinik ist ein Träger die Säge und bis ins Leben hast du mir verstanden es wird bald wieder er er zieht ab so ich mach mal schnell Musik an so mal reden, so meine richtige Opernmusik die rockt ab ey ich kann mich schnell vergessen ich mach meine Playlist an dich immer mal was hörst du für Musik? Rammstein ich weiß wie die Aufnahme, guck guck die sind mit dem Auto in den Stein, und deswegen heißt sie jetzt Rammstein Rammeln im Stein Musik so ist sie Ah, der Sonne verreckt Verreckt du direkt viel Tja, ich lof ihn scheiß rum, du mal aber Junge, der muss immer ne Schuhe ziehen ich mach mit dir Geld nicht so Nein ähm ich hab's dir nicht sagen wie viel das ist eigentlich verboten jetzt man darf nicht so man darf jetzt nicht sagen wie viel mal verdient ist schon ähm du ja, du verdienst auch bestimmt ja auch nix Verdiener äh, na so sagen wir mal nur zweistellige Zahlen also zum Beispiel jetzt mal also keine 100, sondern äh, sagen wir jetzt mal also 0,1001 Cent also 50 Euro ich verdiene keine 50 Euro, aber es ist nicht es ist nicht über 70 Euro du wirst man so sagen der Wurmsboy, der hat man wieder ein bisschen gehabt, ey ja, der Wurmsboy, das ist wirklich blöd da, ey ey, Eier, wie sind Eier? Ah ja ich mitigiert acht Stunden später keine zwei vier 25 Ponlo Layton Bowen jetzt stimmt jetzt lassen sich das ist ein Stimmbruch machen immer gut die hast du hier in der Gipfel überhaupt nicht alt 8-jährigen Das stimmt wie die neue Bohnen ist da. Oh Gott. Ich spüre die Musik. Was ist das hier? Bist du doch da? Lass mich nicht mit der Musik allein hier. Nein, du hast den berufen. Ey, ich hab dich... Oh, die Musik. Hier kriegst du rappel, Alter. Du kannst was in Skype beschrieben liest. Das ist mal gebrochen. Ja meine Freunde, ich sag das mir für heute. Tschüss und das war's.